Ja, in Dota 2 gibts auch den Mykantrop. Ja, das bedeutet Wehrwolf. Hallo Feng! Hallo! Was ist das für ein Passwort? Ähm... Brx. Brx. Das klingt wie ne Taste aus Vodra vom Telefon. So... Brx. 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 Klingt nach der Name von deiner außerirdischen Rasse. Ach, da bin ich ja auch. Tag Kumpels, wie habt ihr mich bloß gefunden? Äh, die Zauberung hat wohl aus Versehen etwas richtig gemacht. Das fasst das gut zusammen. Na gut, dann machen wir das Level noch, weil... Zwei Level mit Proach, damit wir ein bisschen Fortschritt machen, würde ich mir schon wünschen. Was soll das denn bedeuten? Das heißt, ich bin wieder in meiner Paraderolle. Ich bin Erik! Oh oh! Und da unten ist Feng. Moment mal. Ja, du musst hoch. Wer bin ich jetzt? Du musst nach oben mit Feng, weil... Äh, ich kann nicht so hoch springen. Ja, dann musst du mir aber auf die Kamera gehen. Nein, muss ich nicht. Komm da hoch, rechts die Wand. Denk dran, er kann klettern. Ah ja. Oh! Jetzt mach keinen Dönecken! Ja, ich hab meine Tastatur ein bisschen sehr scheiße überlegt. Wie immer. Das ist ja nichts Neues. Pust. Gibst du auf. Ja, das ist viel zu schwer, das Spiel. So, hier ist die Kralle. Okay. Alachon, wir müssen ja keine Gamepads schenken. Nein, ich schenke euch keine Gamepads. Das wird schon mal von meinen Kommentatoren verlangen, dass ich euch Gamepads schenke. Die Sache einfacher war. Äh, halt. Da, da ist eine Tormick, hol's dir. Da ist garantiert die versteckte Leiter, die von oben runter geht durch den Boden. Ey. Ja. Wir haben dazugelernt aus Lost Vikings 1. Aha. Aha, aha, aha. Ah. Das ist aber richtig cool hier. Ey. Du hast so ziemlich jedes Item gerade. Ach so. Ja gut. Anna denkt mit. Das freut mich. Versuch's zumindest. Aber jetzt sterbe ich wahrscheinlich. Äh. Ich werde sterben, ich sterben, ich sterben, ich sterben! Ja, ich bin tot! Ich hab auf Kamerawechsel gedrückt. Das hat nicht funktioniert. Äh, jetzt hast du die Kamera. Hä? Aber was bist du gestorben? Ja, da ist natürlich Wasser! Ach so, jetzt stimmt. Nur du kannst schwimmen, ne? Nur Erik kann schwimmen. So war das. Ja, den muss ich auf dein Konto schieben, weil du hattest die Kamera. Ach, Quatsch. Du hättest ja wohl dir denken können, dass du nach links und rechts ausweichen musst. Ja. Weil da jetzt was kommen könnte. Aber wie soll ich das machen, wenn ich nicht in der Kamera bin? Es ist ja dann schon Harrys zweiter Tod heute. Durch Skill. Klar, meine unsichtbare Steuerung funktioniert perfekt. Harry, ich sterbe doch nicht so oft. Ich muss so sehen Pro, jetzt haben wir beide einen auf dem Counter. Äh. So. Anna macht erstmal alles kaputt hier. Ja, warte, 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 warte. Lass mich doch noch kurz auf der Plattform wechseln. Lass, 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 lass. Lass, lass. WERWOLF ACTION! Verdammt! Zu nie durch den Sprung. WERWOLF! Ha! Hast du das gerade gehört? Hat Fang gerade geröbst? Ja. Der frisst unsere Gegner auf. Wie geil ist das denn? Benchmeck! Nein, das war garantiert Olaf. Ich hab den Sound gehört, das war garantiert Olaf. Vielleicht war es auch nur Felu. Nein. So, habe ich jetzt die Kamera? Jetzt habe ich die Kamera. Okay. Olaf erinnert sich immer sehr gesund. Hm. Kannste sogar weitergehen schon. So. Ja. Hier brauchen wir jetzt Fang. Ja und da dann einen anderen Schlüssel. Hier ist auch Schlüssel. Moment. Warum bin ich jetzt irgendwie bekloppt? Ziemlich, ja. Warte mal. So. Meiner. Hast du jetzt? Du hast jetzt die Kamera. Okay. Ach, tatsächlich. Wir brauchen da sogar eine Bombe für, weil du kannst ja gar nicht anchargen. Nein. Hör auf zu legen. Böses Spiel. Nee, der Weg dürfte zu klein sein. Ich weiß nicht immer, ob Erik das Ding anchargen kann, wenn es einen Block höher ist, ehrlich gesagt. Ich kann mal... Nee, fall ich gar nicht. Zu früh runter. Nee, viel zu kurzer Laufweg. Hui. Was war das? Eine Bombe. Gut, dass du hinten siehst. Felu, was spielen wir gerade? Gar nichts. Ach, gar nichts spielen wir? Nein. Darf er nicht. Hier wird ja meine Skillige. Hahaha. Da hat er sich aber in letzter Sekunden noch gerettet, ne? Mit der Antwort jetzt. Äh, springen? 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 Äh, ja. Da würde ich nicht lang gehen, wenn ich fang wäre. Ähm. Ja, willst du? Äh. Ja. Hab ich Kamera? Oh, jetzt hab ich ausgesehen das Schild benutzt. Oh, warte. Ähm. Guck mal kurz, was da oben ist. Wo? Über uns. Ja? Du musst doch nicht Kamera haben. Naja, weißt du nicht? Jetzt. Ach, jetzt ist schon wieder diese blöde... Ach, da ist ein Schalter. Aber... Okay, ich hab Kamera, ich geh los. Ein Junge! Der schon wieder? Äh. Deiner Felu. Darf ich mal an deinen Lollipop lutschen? Oh Gott! Niemals! Du bist voller Marzen! Pädobär! Pädobär! Oh Gott! Oh Gott! Doppelt geohnt! Warum kriegst du solche... Oh Gott! Warte mal, ich muss noch was testen. Äh. Ja, und woher kriegen wir jetzt den Schlüssel? Ach, warte mal. Ja, ähm. Proach. Nach dir. Aber ich mein, bei Olaf ist es klar, dass er das auch so sagt, wie er es meint und nicht anders. Also meint, wie er es sagt. Ah! Da fliegt der Schild sogar weg. Geil! Ja, kann man jetzt da runter? Äh. Vorsichtig! Was ist das hier? Garantiert... Ah, das ist das Rätsel, was wir in Wackyworld hatten. Da unten. Die Knöpfe. Oh, Wackyworld. Nein! Wackyworld war cool. Wackyworld war cool. In der grauen Nassen. Oh, 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 oh. Wackyworld hat die geilste Musik im ganzen Spiel gehabt. Also hier brauchen wir Olaf. Ach, kann ich hier noch runter? Aber wenn ich hier nach dem 500-Double-Versuch. Nein. Äh, nein? Hörst du mal auf, diesen Knopf zu drücken, bitte? Äh, sagst du so einfach? Ja. Das liegt an der deutschen Sprache. Die verleiht mir Worte. Ich finde die Musik in diesem Spiel weitaus erträglicher. Ja, sie ist mir noch ein Tickchen zu ruhig, ehrlich gesagt. Aber die Musik, die in der DOS-Version von dem Spiel hier läuft, oder in der Playstation-Version, die ist unpassend, ehrlich gesagt. Das ist so, als wenn du in dem Teil hier jetzt die Musik von einem Command & Conquer Titel hören würdest. Okay, das klingt dumm. Anna, hast du gesehen? Ich habe mit meinem unglaublichen Skill, habe ich den Magier getötet. Jupp. Da sparen wir uns diesmal wenigstens Stress, weil wir haben keinen Charakter mit Projektilwaffen dabei. So, hallo? Wechselst du jetzt mal? Meine Fresse, ey. Ja, warte, da brauche ich... Ach, du musst da hoch, Anna. Ja, das passt schon. Lass, ich muss mir auf jeden Fall mal meine Tassen irgendwie mal umbelegen. Sonst komme ich irgendwie nicht so ganz damit klar. So, okay. Hier muss unser Freund hin. Er muss noch eine Runde schwimmen anscheinend. Und das ist Olaf. Drück mal da ein paar Knöpfchen. Hieb! 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 Du Scheiß! Ah, Thunfisch! Wenn das Thunfisch ist, kriege ich Angst. Unverarbeiteter Thunfisch. Ich wette, jetzt hat er draußen wenigstens jede fünfte Person mehr Respekt vor der Thunfisch-Betzer. Falsch! Immerhin deine Frisur hält. Fünf Meter tief unter Wasser die Frisur hält. Der Bart hält. Oh, ja! Es sollte mehr Bart-Werbung geben. Ja, was ist denn jetzt? Müssen wir jetzt hier irgendwas drücken? Offenbar muss Fang da hoch, weil Erik ist ja geschwommen. Von daher teste mal die Knöpfe, was für eine Kombination wir brauchen. Weil ich werde garantiert nicht auf gut Glück durchgehen. Ach so! Jetzt verstehe ich es! Nein! 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 Okay, jetzt... Eins, zwei, oder drei... Nein, 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 nein! Mach mal den ganz linken jetzt einmal. Nein, 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 nein! Nein, was machst du mal in der Mitte? Lass die Mitte doch mal in Ruhe! Und jetzt ganz links. Siehst du? Und jetzt nochmal rechts. Und ob du wirklich richtig stehst? Die beiden sind es. Da musst du nur zwischen wechseln. Zwischen links und rechts. Ach so! Jetzt verstehe ich es. Ah, okay. Ich dachte, wir müssten alle oben bleiben. Ja, dann springen wir hoch. Das wird leicht problematisch. Ich glaube, ich brauche die Kamera, weil ansonsten... Naja, das kann klappen. Nö, das geht. Nein, sobald ich aus der Kamera oben bin, ist es ganz knapp weg, deswegen... Moment. Moment, Moment... Ich trau dir nicht. Ich sehe dich doch! Ja, ich trau dir nicht! Drück den Knopf. Ich will das sehen. Ach warte, war's jetzt der? Ja, weil wir wissen, wo der Block runtergeht, genau. Warte, 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 warte Dann kannst du dich da ruhig daneben stellen. Lauf! Lauf! Ich würde dich doch niemals umbringen. Nein, nicht mit Absicht. Das sagen sie alle. Oh, guck mal, da kannst du noch was machen. Äh, Moment, war da ein Drache? Da war doch gerade irgendwas in der Luft, oder? Ja. Oh ja. Luft Combat! Komm her! Komm her! Haha, das macht Laune. Das sieht auch richtig geil aus mit dem einfach nur. Los, komm her! Komm her, du Mistkerl! Bam! In den Rücken. Der Fang kämpft wie ein Mann. Vor allem der Mann, der hat verdammt viel Haare. Das macht ihn nur noch männlicher. Also hier brauchen wir auf jeden Fall dich, Anna. Mit deinem Kopf. Overly, overly manly man. Only manly men have manly hair. Ich denke mal, du musst dich irgendwie von da hinten drüber porten. Äh, okay. Ah ja, hier ist noch eine Zutat, aber was bringt die mir jetzt? Außer der Zutat natürlich. Äh, ich denke mal, Fang ist jetzt fertig. Wir müssen jetzt irgendwie schaffen, dass die anderen da hinkommen. Ja, okay. Äh, Moment, ich müde mir ganz kurz ans Herz. Also, ich kann ja theoretisch jetzt... Ne, da komme ich doch nicht rüber, oder? Ach doch, mit so einem Furz. Boah, meint das funktioniert? Ja, oh, verdammt. Nein, 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 nein. Furz, vorher einmal zu kommen. Danke. Boah. Ah, guck. Siehst du, jetzt komme ich auch zu dir. Ja. Und was machen wir jetzt hier oben? So. Jetzt brauchen wir noch dich. Jetzt musst du irgendwie... Ja, stimmt. Das bist du jetzt gerade. Ja. Ja, wir bräuchten jetzt, wir müssen jetzt die Brücke runterkriegen. Ah, da, der Schalter, der Schalter da. Da kann Olaf hin. Ah, okay, dann gib nochmal Kamera. Äh, du bist gerade, Erik. So. So. Tatsächlich. Obwohl... Ah ja, genau, du machst jetzt den Weg... Ah, nee, du kannst jetzt mit Fang da hoch. Ah. Ey, das ist ja cleveres Level-Design hier, Leute. Teamwork, man. Teamwork. Gib mir Kamera. Äh. Hä? Ah, okay. Oh, das ist eine tricky Wand. C und V. Nimm doch die andere Seite. Ja, die sieht mir ein bisschen krumm aus, ehrlich gesagt. So, warte. Ja, besser als die mit einem Loch drin, waff. Ja, wenn die krumme Wand mich runterfallen lässt, was ist mir dann lieber? Ich trau dieser Brücke nicht, wenn man die zusammenbrechen könnte. Guck mal, hier so. Das macht mich misstrauen. Hallo, die sieht doch sehr vertrauenserweckend aus. Ja, die hat viele Stützen und Halteseile und so. Ja, früher ging das noch so. Heutzutage, die Brücken sind einfach nur protzig. Ja, echt, ey. Das ist alles Luxus. Ich mein, ein paar Baumstämme da drüber gekippt, das reicht schon. Ja, braucht man gar nicht. Ich geh dann mal. Ciao. Der typische. Oh, oh, Olaf ist ein Peon. Ich geh dann mal. Arbeit, Arbeit. Nee, Arbeit, vergiss. Arbeit, Arbeit. Das hat mich schlecht. Ah. Aha. Aha. Jetzt könnt ihr auch hier durch. Oh, ist das... Ey, das Spiel gefällt mir. Das ist richtig cool gemacht. Ja, das ist jetzt mehr puzzleartig und nicht mehr so viel Reaktionstest. Das ist gar nicht so schlecht. Ey, ich fall doch jetzt da runter, wenn ich... Hey, wir sind wieder am Anfang. Wow. Ähm. Nicht mit Olaf. Ah, warte. Nicht einschlafen, Felu. Darf ich eine, zwei, eine, und eine, zwei, zwei. Du kannst gleich wieder spielen, keine Sorge. Ich wurde eben sowieso zum Essen gerufen, dann kann ich das gleich mal holen in einer kurzen Pause. So, äh, wir haben Beschlüsse... Ach, stimmt. Hier, du? Äh, du? Ich hab das aber genommen. Hey, da ist die Tosi schon. Geil. Hallo. Na, wo schickst du uns? Nee, ich will nicht. Du kommst her. Ich will die Richtung. Jetzt bin ich doch vor dir da. Das zählt aber anscheinend nicht. So, jetzt. Wow, das war hart. Kannst du auch Lollipops zaubern? Können wir wieder ein Level haben, wo Olaf nicht dabei ist? Sieht so aus, als könntest du das selber. Geil. Jawohl. Gib ihm. Klar, du. Maridu. Torgadestra. Torgadora. Tora. Das klingt irgendwie nach einer Beschwörungsformel von Vulkangott.